Heute blicken wir unter anderem auf das Thema Hardware 4. Außerdem haben wir Neuigkeiten zu einem Bericht von Reuters. Hier geht es um neue Details zu dem, was bei den Superchargern in den letzten Wochen passiert ist und vieles mehr. Also starten wir gleich mal rein mit dem Thema Hardware 4. Ich hatte bereits vor über zwei Wochen mal darüber berichtet, dass es jetzt bekannt geworden war, dass Hardware 4 in die Fahrzeuge in Grünheide eingebaut wird. Jetzt haben wir hier auch noch mal eine Bestätigung, dass Hardware 4 bereits in den Modellen drin ist. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Modell kaufst, sollten eigentlich alle Modelle aus Grünheide mit Hardware 4 ausgestattet sein. Das hat jetzt fast über ein Jahr gedauert. Wer weiß, warum Tesla da so lange gewartet hat. Aber ich bin froh, dass es jetzt endlich auch dann für diejenigen, die ein neues Fahrzeug kaufen, zur Verfügung steht. Dann gab es ja noch für das zweite Quartal eine Ansage von Drew Bagnino, dass man hier den Stromverbrauch um 40% reduzieren möchte bei der Nutzung des Sentry-Modes. Das ist etwas, was nach meines Erachtens noch nicht passiert ist und auch nicht als verstecktes Update irgendwo war. Solltest du aber doch irgendwie mit dem Spring-Update die Erfahrung gemacht haben, dass dein Verbrauch, der Stromverbrauch beim Sentry-Mode niedriger geworden ist, dann lass es mich gerne wissen. Mir ist es auf jeden Fall noch nicht aufgefallen. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Alles grundsätzlich, was mit einem niedrigeren Verbrauch zu tun hat, ist immer, immer gut. Dann schauen wir uns einmal die aktuellen Verkaufszahlen an. Es geht hier um den Vergleich zwischen dem Cybertruck und dem Rivian R1T. Jetzt ist Rivian zurzeit nicht gerade in einem richtigen Wachstumskurs, genauso wie Tesla. Aber beim Cybertruck, da kommt das Wachstum gerade her. 2803 Fahrzeuge waren es ungefähr im ersten Quartal. Man kann jetzt davon ausgehen, dass bereits im zweiten Quartal die Zahlen um einiges höher sind und somit dann auch der R1T überholt wird. Die gesamten Zahlen, die man so im Quartal erreicht hat bei Rivian, da wird ja vielleicht im dritten Quartal der Moment kommen, wo dann auch entsprechend der Cybertruck alle Fahrzeuge von Rivian überholt, außer natürlich die Transportfahrzeuge für Amazon. Und das ist dann schon mal ein richtiger Meilenstein. Und da sieht man einfach mal, wie schnell wieder Tesla hier arbeitet. Dann haben wir hier nochmal die Abstimmung. Es gibt ja die neue Abstimmung, habe ich ja bereits gestern im Video erwähnt. Da ging es um das Compensation Package von Tesla CEO Elon Musk. Und Elon Musk hatte damals ja in 2018, hier gab es auch eine Abstimmung. Und hier sehen wir nochmal, wer dagegen war. Vanguard war dagegen, State Street, Gio, Capital Group, Norges Bank und auch Legal & General. Und BlackRock zum Beispiel war dafür. T. Rower Price, Northern Trust, Fidelity, Bailey, Gifford, Barron Capital. Die waren alle dafür. Das sind aber jetzt auch nur die großen Shareholders. Also das sind die großen Investoren, das sind nicht die einzelnen Investoren. Ich muss ja auch noch einen Fehler korrigieren. Da wurde ich auch nochmal darauf aufmerksam gemacht. Das war tatsächlich ein Fehler von mir. Du kannst als deutscher Shareholder nicht abstimmen. Da habe ich einfach einen Fehler im Video gehabt gestern. Also alle im Ausland, beziehungsweise vor allem dann Amerika, können abstimmen. Ja, dann schauen wir einmal auf das Thema Reuters. Denn Reuters ist nun mal bekannt dafür, auch teilweise Dinge zu verbreiten, die einfach so nicht richtig sind über Tesla. Und jetzt kam heute noch ein neuer Bericht raus zum Thema Supercharging. Laut deren Quellen angeblich soll es so sein, dass viele Lieferanten jetzt doch überrascht worden sind, dass sie sehr frustriert sind, dass ja weniger Supercharger gebaut werden, dass sie in Kontakt mit Leuten sind, die gar keine Ahnung haben bei Tesla. Und es wurde auch berichtet, dass jetzt diejenigen, die für das Supercharger-Team zuständig waren, beziehungsweise dieses ganze Team, dass das jetzt in die Tesla-Energy-Sparte reingeht. Macht eigentlich Sinn, denn es ist ja auch im Endeffekt verbunden mit dem ganzen Energy-Part, eben halt das ganze Netzwerk auszubauen. Und ich glaube, es macht Sinn, das in eine Sparte zu machen, also in die Tesla-Energy-Sparte. Das Problem ist nur, dass eben halt viele, viele Lieferanten angeblich dann jetzt doof dastehen, weil sie meinen, dass ja viel, viel weniger gebaut werden. Das ist aber eigentlich gar nicht der Punkt. Es wird gar nicht viel weniger gebaut. Das hat auch Elon Musk nochmal auf X dargestellt, dass man ja 500 Millionen investiert. Wenn man sich also anschaut, wie viel die Supercharger kosten, dann ist es nur ganz, ganz ein bisschen weniger. Und es gibt doch wirklich auch einige Standorte in Europa etwas weniger, aber vor allem auch in Amerika, wo man sich fragen muss, warum hat man jetzt sich dazu entschieden, genau an dem Punkt einen Supercharger zu bauen? Also auch da müssen wohl in der Vergangenheit einige Fehlentscheidungen getroffen worden sein, wo man wirklich Supercharger bauen möchte. Und dass Tesla hier natürlich dann sagt, hey Sekunde mal, es gibt hier 5, 6, 7 Prozent, die machen überhaupt gar keinen Sinn. Das ist doch etwas, was eigentlich nicht falsch ist. Also es gibt einige Lieferanten laut Reuters, die jetzt sich auch umschauen, mit anderen Unternehmen zu arbeiten, die sich zu sehr wohl auf Tesla konzentriert haben und jetzt ein bisschen doof dastehen. Auf der anderen Seite muss man auch nochmal festhalten, 500 Millionen Dollar Investitionen. Wir wissen ja, dass each Chargeport circa 50.000 Dollar kostet. Das wiederum, wenn man das jetzt auf 500 Millionen hochrechnet, wären circa 10.000 Charging Ports. Und das wiederum sind nur 2.500 weniger, als es vorher war. Das heißt, es ist nur ganz bisschen weniger. Ich sehe das jetzt weniger kritisch. Wir haben in der Vergangenheit oft gesehen, dass solche Entscheidungen, Umstrukturierungen sehr, sehr kritisiert werden, sehr viel Drama drum gemacht wird, im Nachhinein sie sich aber als besser vorausgestellt haben, in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen. Und in diesem Fall gehe ich davon aus, dass man das bei den Superchartern jetzt auch weiter richtig gemacht hat. Ja, dann blicken wir noch kurz auf das Thema Profitabilität. Wir haben hier nochmal einen sehr schönen Verlauf von Tesla von 2021 zu 2024 und auch zum Beispiel von Volvo, die sich immer besser entwickeln. Sie haben eine schwere Zeit gehabt, jetzt geht es aber wieder in die richtige Richtung. Ja, bei Polestar warten wir noch auf Ergebnisse. Da gab es aber nie richtig, richtig gute Ergebnisse. Winfast absolut katastrophal. Das Gleiche gilt übrigens für Lucid, die sich zwar im Verhältnis noch zu 2021 schon gebessert haben. Auch Winfast ist ja ein Kandidat, wo es wirklich sehr kritisch aussieht. Und dann haben wir noch die Chinesen. Also unter anderem auch Nioh hat immer größere Probleme in dem Preiskampf. Jaopeng auch nicht gerade so gut aufgestellt. Auch wenn sie hier ja nun wirklich schon in eine Region kommen, wo es um die Frage geht, ob sie überhaupt profitabel arbeiten. Es ist also ein absoluter Konkurrenzkampf. Und Rivian, wir haben gerade über den Cybertruck gesprochen, ist auf dem Weg zur Profitabilität. Die letzten zwei Quartale waren leider wieder etwas nach oben gegangen. Aber man ist zumindest auf dem Weg dahin, muss aber genauso wie bei Fiske auch aufpassen, dass die Bewertung an der Börse immer niedriger wird und somit das Kapital reinzuholen, neues Kapital immer schwieriger wird. Es wird also spannend, wer hier noch übrig bleibt am Ende des Jahres und in den nächsten zwei Jahren dann noch existiert. Und dann geht's.